Mein liebstes Material für Sterne, das preiswerteste und auch das beste zum Üben, findet man in den Notizboxen. Für ungefähr 2 Euro hat man hier das Material für 23 Sterne. Wegen der Größe und wegen der Beschaffenheit ist das Üben damit am leichtesten. Weniger geeignet für Anfänger sind meiner Meinung nach die Transparentfolien, die es in fertigen Bastelpackungen zu kaufen gibt. Das Material ist wesentlich störrischer und härter. Allerdings lassen sich die Sterne dann von innen beleuchten und das sieht natürlich gut aus. Bastelpackungen gab es in der Vorweihnachtszeit beim Aldi. Das Material für 2 Sterne hat 4 Euro gekostet. Im normalen Einzelhandel zahlt man das bereits für einen Stern. Also gut aufpassen bei den Packungen, was drauf steht. Bedrucktes Papier kann man ebenfalls verwenden. Es muss nur einigermaßen widerstandsfähig sein. Zeitungspapier wäre, denke ich, viel zu weich dafür. Für große Sterne kann man auch ein Fotoalbum auseinanderschneiden. Die Seiten sind schon fast quadratisch. Man hat also recht wenig Arbeit beim Zuschneiden. Auch die Dinger kann man von innen dann beleuchten. Etwas aufwendiger ist es, wenn man zweifarbiges Geschenkpapier auf der Rolle kauft. Die Sterne sehen sehr schön aus. Das Papier, das Auseinanderschneiden des Papieres, nimmt einige Zeit in Anspruch. Ist allerdings wesentlich einfacher, als ich mir das vorher vorgestellt habe. Auch das erkläre ich später, wie das funktioniert. Auseinanderschneiden des Papieresằn Wohlf Seele. Choose Caption www. whereby